Viel Erfolg! Nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Ich bin sehr schön. Ich werde die Küche. Ich habe die Küche. Ich habe die Küche. Ich werde die Küche. Das ist dieses dumme Hotel, glaube ich, oder? Jetzt muss ich doch wieder über die ganze Map rennen. Das ist dieses dumme Hotel, glaube ich. Das war die Stelle, wo er mich vorne eine weggeholt hat, weil ich Single Fire aktiv hatte. Ich darf daran denken. Aber natürlich, wenn er diesen Scheiß vorne hätte ich das gewusst, wäre ich vorne woanders langgegangen. Das kann ja keiner atmen. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Der darfst mal seine Pause. Der darfst mal seine Pause. das war doch ein spieler ich glaube ich weiß nicht ob er noch ein mate hatte ich glaube er nicht weil jetzt die skeps rum ich glaube dann wäre nicht so kamikaze sondern hätte gewartet ja kann sagen ja und 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 Ja, ja. Den hätte es sogar ich hinbekommen. Man kann sich auch sehr schnell einen Zufalls-Headshot einfangen, silent. Da ist auch Schicht. Okay, die ist voll. Zahler drin, PRS. Kann man ja machen, PRS. Ich kriege Headshots von allen Seiten, von jedem irgendwo, der auf der Map rumrennt. Ich habe bestimmt irgendein Schild auf dem Rücken. Gib mir Head-Eis. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Das Gäv hat einen gekriegt gerade, aber Ruhe im Kanton, aber ich weiß nicht woher. Der Leider hat einen kleinen Kuchen. Man kann diese Kuchen in die Kuchen geben. Der Leider hat einen Kuchen zu machen, aber ich kann sie nicht mehr aufnehmen. Ich habe eine Kuchen, die Kuchen auf dem Kuchen und die Kuchen ausmachen. Ich habe lange Kuchen aufgelenkt. Ich habe eine Kuchen, dass ich zum Beispiel Kuchen und rechts aufgelenkt. Das ist ein Kuchen, der Kuchen auszudritten ist. Schönes Ding. 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 So, PRS da rein. Auch wieder ein Bär, Mann. Ich brauche Jusek Tog-Tags, zwei Stück bitte. Ah, ich kann mich ja nicht blicken, ich habe ja nichts. So, jetzt. Ich wohne nicht nur was zu trinken, aber muss ich sehen, oder war das ein Rät davor? Ey, das war ein geiles Kebs, oder? Doch. Ey, aber was hat der für eine Waffe, Alter? Was haben sie für Zeug gefunden, sage ich mal. Was haben sie für eine Waffe? Vielen Dank. Oh Alter, die Munition. Auch nur drei Schuss. Ach, lohnt sich auch nicht. Das kann weg. Das, das, das. Scheiße. Ach komm, hör mal doch auf zu. Ich komme nicht in den Scheiß-Laden da unten rein. Ist denn das zu fass? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Greenspanne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.